Ich stehe hier in der Couch in München-Heidhausen in der Nähe vom Ostbahnhof, bin eingeladen von Inniskillen und von Riedelgläser zu einer Art Mischung aus Küchenparty und Dinner. Da hinten ist der Tisch, es gibt drei Gänge, es gab schon zwei Vorspeisen, einmal Tartar vom Rind und einmal Jakobsmuscheln, sehr lecker zubereitet vom kanadischen Koch Tim, der steht hier hinter mir und jetzt gleich geht es schon wieder weiter. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt heute. Ja, aber nur ein bisschen, wenn man noch mal ein bisschen süßer da reinzieht, die Makitschab ist ja hauptsächlich zu süßen. Ja, aber das ist ja nicht so klasse eigentlich. Wir wollen das ja relativ klassisch halten. Wir wollen das ja relativ Jamie see,t euch aber gerettet. Dieser koche ist ja nicht so weit, viel beeinflusst, wenn es für uns gefallen hat. Wenn es fest nicht geht, den Tartaren und sich nachvagant im